Meine lieben Freunde, wir müssen reden und ihr erkennt es, es ist ein anderes Umfeld. Ja, es tun sich große Dinge bei uns. Nein, es sind ganz kleine, denn das hier kennt ihr im Grunde genommen schon. Zumindest diejenigen von euch, die mir öfter zuschauen und die sich gelegentlich den Critical Coffee, unseren Podcast, angesehen haben. Denn da habt ihr meinen Arbeitsplatz hier in der Redaktion schon kennengelernt. Denn von hier aus haben wir regelmäßig Kontakt zu Peter Jürgen, unserem Kolumnisten. Das ist der mit den 1700 Kolumnen und die zeichnen wir hier auf, denn Peter sitzt in Trier. Und diesen Arbeitsplatz möchten wir auch in Zukunft dann nutzen, wenn es schnell geht. Oder aber, wenn die Fundstücke auf der Spur und Suche nach der großen Story so klein sind, dass sie es normalerweise nicht ins Studio schaffen. Hier, frei weg von der Leber formuliert, bekommt ihr dennoch ein Gespür dafür, was sich im Lebensraum Deutschlands so tut und was sich so in unserem Habitat abspielt. Schnell, einfach, auf die Hand sozusagen. Das ist unser Fastfood-Versprechen, aber immer noch mit guten Zutaten. Und von Köchen produziert, die wissen, wie es in der Gerüchteküche aussieht und warum man wohl recherchieren sollte, damit das Ganze immer noch einem gewissen Mindestanspruch genügt. Aber eben ohne viel Chichi, ohne fliegende Titel, ohne all das, was ihr ansonsten bei uns aus dem Studio kennt. Und beginnen möchte ich heute mit einem Beitrag, der da beginnt, wo wir eben aufgehört haben. Ihr erinnert euch, ich habe euch gebeten, bitte postet mir doch in die Kommentarzeile die Champagnergläser, denn wir haben Grund anzustoßen. Und den haben wir. Ja, und dabei geht es mir primär, und da möchte ich dem einen oder anderen von euch jetzt nicht unbedingt den Elan und die Begeisterung nehmen, aber mir persönlich ging es gar nicht um das Kompakt-Magazin als solches. Grüße gehen raus an Jürgen Elsässer. Das habt ihr gut gemacht und ich freue mich, dass ihr die Gelegenheit bekommt, das Kompakt-Magazin wieder publizieren und mit Kompakt-TV wieder auf Sendung gehen zu können. Nein, es geht mir um was anderes. Ihr habt es geschafft, dass wir gemeinsam Artikel 5 Grundgesetz, die Meinungs- und Pressefreiheit, in einem weitaus höheren Maße zelebrieren können, als das gestern noch der Fall gewesen ist. Denn das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass Nancy Faeser hier deutlich zu weit gegangen ist. Unsere John Dark mit dem Flammenschwert, die sich aufgemacht hat, um alles, was sich rechts ihrer selbsternannten Brandmauer befindet, dem Erdboden gleich zu machen, hat erlebt, wie es ist, wenn man Grenzen aufgezeigt bekommt. Und das ist gut so. Das ist sogar verdammt gut so. Und im Grunde genommen kann sie dann Hand in Hand in den politischen Untergang reiten mit Don Karl Lauterbach. Denn Don Karl Lauterbach ist wie Pinocchio, die Nase müsste mittlerweile ellenlang sein. Denn auch er hat es geschafft, dass er einer der traurigen Helden dieser Regierung ist. Denn Lug und Betrug ist noch das harmloseste, was man an Mutmaßung in den Raum stellen kann, wenn man sich die RKI-Files ein wenig genauer anschaut. Denn offensichtlich war er nicht nur weisungsbefugt, sondern er hat von dieser Befugnis eifrigst Gebrauch gemacht und seinen Untergebenen in dem wissenschaftlich arbeitenden Institut ganz klare Kommandos gegeben, was diese Handpuppen mit seiner Hand im Allerwertesten dann von sich geben, um seine Staatsräson nach außen zu kommunizieren. Das heißt, dass geimpft wird, dass es eine Impfpflicht gibt, das war seine Idee und er hat die Puppen im RKI tanzen lassen nach seiner Melodie. So sieht es jetzt zumindest aus. Und das sind nur zwei der Spitzen im aktuellen Regiment von Olaf Scholz. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und für euch sei gesagt, immer dann, wenn es solche Kleinigkeiten gibt, gehen wir in Zukunft hier direkt vom Schreibtisch auf Sendung. Das heißt, ungeföhnt, ungeschminkt und wenig drumrum. Kein Schischi, aber Nachrichten und Storys, die es wert sind, dass wir sie teilen. Und tut mir doch einen Gefallen, apropos teilen. Wie wäre es jetzt mit einem Sahne-Stückchen? Unten in die Kommentare. Denn wir freuen uns mit euch auf eine noch intensivere Zusammenarbeit. Ciao von au, euer Chris.